Sag dir einfach, was ist dein Why, was ist deine Message, warum willst du das machen und wenn die groß genug ist, dann wirst du es auch durchziehen, Bro. Oh shit, man, Media Graphics hat ein Fuffi dagelassen, ich küsse dein Herz, Digga. Ich bin halt echt nicht der Beste, wenn es um Finanzen, Business, Programme, Geld verdienen und so. Mir geht es in erster Linie nicht um Geld zu verdienen, sondern um halt hundertprozentig hinter der Sache zu stehen, so. Krass, Mann, Digga, da kommt er, steppt einfach einer gerade hoch auf das verlassene Gebäude, Digga. Der scheint auch nicht mehr ganz beisamt zu sein, der Cousin. Oh, der hat eine Metallstange mitgenommen. Leon, mache jetzt auch Videos und denkst du, nach der Zeit kommen die Abos, also will ehrlich gesagt nur Abos, die ich positiv beeinflussen kann? Äh, ich weiß nicht, was ich zu der Frage sagen soll, Bro. Wenn du, ja, normal, wenn du irgendwas durchziehst und darin gut bist, dann wirst du auch verfolgt werden. Wenn es kacke ist, dann wirst du nicht verfolgt werden, so. Du musst halt auch einfach konsistent durchziehen und am besten nicht vorher irgendwelche anderen YouTuber fragen, ob es funktionieren will. Also, wenn du dir schon die Frage stellst, ey, ich will mit YouTube anfangen, werde ich dann überhaupt Abos bekommen? Dann bist du eigentlich, weiß ich nicht, Bro. Ich würde dich da jetzt gerne motivieren, Digga, aber wenn du, bevor du anfängst, schon daran zweifelst und mich dafür fragen musst, ob du anfangen sollst, Digga, dann fehlt es dir eigentlich an der richtigen Motivation. Ich war davon überzeugt damals, als ich angefangen habe, dass ich krass bin und dass ich auch krass werden werde und dass mir auch viele Leute folgen werden, so. Sonst hätte ich nicht angefangen und sonst hätte ich auch irgendwann aufgegeben nach einem Jahr, wenn die Abos nicht steigen oder so, weißt du, wie ich meine? Aber wenn du mit dem Grundgedanken schon reingehst, dass du Abos haben willst und dass es dann nicht funktioniert, sag dir einfach, was ist dein Why, was ist deine Message, warum willst du das machen und wenn die groß genug ist, dann wirst du es auch durchziehen, Bro. So denke ich. Oh, shit, man, Media Graphics hat einen Fuffi dagelassen. Ich küsse dein Herz, Digga. Jetzt bin ich wieder am strugglen, Jo. Goddamn. Einmal Applaus für den Bruder. Das ist wahre Liebe, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei, Bro. Danke für den Support. Wer auch immer hinter sich den Namen Media Graphics GmbH versteckt, machst du irgendwas mit Medien, mit Graphics und so, Bro? Oder Schwester? Geil. Mach weiter so, Bruder. Nächster Step. Brutale Finca mit Models und deinem eigenen Fitnessprogramm. Support ist da. Geil, Digga. Ich küsse dein Herz. Jetzt, wenn ihr mich unterstützen wollt bei meinem Fitnessprogramm, dann schreibt mir eine DM auf Instagram, oh fucker. Ich such da auf jeden Fall jemanden, der mit mir so einen Shit zusammen aufziehen würde, weil alleine kriege ich es nicht auf die Kette. Ich wollte es schon lange mal machen und ich habe auch schon die ein oder andere Möglichkeit flirten gehen lassen. Ich bin halt echt nicht der Beste, wenn es um Finanzen, Business, Programme, Geld verdienen und so. So, ich bin da echt nicht der Beste drin. Ich weißt dir, ich sträub mich auch vor voll vielen Sachen. Ich wollte ein Fitnessprogramm voll lange nicht machen, weil ich nicht das Gefühl haben wollte, dass ich irgendwie Leute abziehe, obwohl es gar nichts mit Abziehen zu tun hat, so. Das ist ja eigentlich nur ein Mehrwert, wer sich es kaufen will, der soll sich es kaufen, wer nicht, der soll sich es nicht kaufen. Aber ich habe so komische, manchmal so komische, ich habe auch voll viele Kooperationen damals, wo ich angefangen habe, abgelehnt und so. Weil ich immer das Gefühl hatte, passt nicht oder ist nicht. Bei mir müssen voll viele Dinge zusammenpassen, dass ich irgendwas mache, so. Und mir geht es in erster Linie nicht um Geld zu verdienen, sondern um halt hundertprozentig hinter der Sache zu stehen, so. Deswegen müsste ich eigentlich auch viel mehr eigene Sachen machen. Aber das ist halt alles echt schwer gelaufen, so. Mein Leben ist halt auch echt nicht einfach und es gab miese Up and Downs. Aber ich bin gerade echt motivierter denn je. Ihr merkt es hoffentlich auch, so. Ich haue raus, ich mache weiter, egal wie die Views sind, egal wie die Abos sind, es ist egal. Ich ziehe einfach durch und ich hoffe, daraus entspringt noch mehr geiler Scheiß, so. Dass es hier auch weitergeht und nicht irgendwann aufhört, so. Du brauchst neuen Format, was eine Bombe ist? Nee, Bro, brauche ich nicht, Digga. Ich mache einfach mein Ding genauso weiter, wie ich es jetzt gerade mache, weil das ist gerade geil. Ich fühle den Content, den ich mache. Ich fühle, das live zu kommen. Ich fühle, das mit euch zu quatschen. Und wenn es so sein soll, werde ich dadurch Reichweite aufbauen. Und mehr Leute werden mich verfolgen und mehr Leute werden die Vlogs einschalten. Ich habe keinen Bock mehr, Gedanken darüber zu machen, was für neue Formate ich machen soll. Und irgendwelche Leute wieder befragen oder irgendwelchen Leuten in den Arsch kriechen, die eigentlich nicht mehr mit mir zu sehen sein wollen, um dann Interviews mit denen zu machen. Verfolgt mich und mein Leben. Und ich glaube, wenn ich die Vlogs, wenn ich wieder vielleicht sogar mehr auf Reisen bin oder irgendwann in Miami bin und wenn die Vlogs immer spannender werden, die Vlogs immer eine geilere Qualität auch noch reinbekommen, dann wird das geil sein. Und dann werden das mehr Leute sich reinziehen. Und dann bin ich auch nicht mehr abhängig von irgendwelchen anderen Leuten oder von irgendwelchen anderen Content oder irgendwie so eine Scheiße. Weißt du, wie ich meine so? Deswegen, das ist mein Ziel, dass Leute mich verfolgen, dass Leute mir gegenüber eine Liebe aufbauen und dadurch dann halt einfach eine Reichweite auch generieren. Das ist eigentlich das Ziel von jedem YouTuber, Mann, Alter. Du kannst so viel Formate und Sachen machen, wie du möchtest. Nach einer gewissen Zeit denkst du dir irgendwann so, ja, ich hab vielleicht keinen Bock mehr auf das Format und wenn ich das Format nicht mehr mache, dann wird mich keiner mehr verfolgen. Und es ist eigentlich von jedem YouTuber das Ziel, dass die Leute einen verfolgen und die Leute Liebe für einen da haben und sich den Shit reinziehen, weil du es bist. Weißt du, wie ich meine? Und nicht, weil irgendwelche Gäste da sind oder weil irgendwelche Formate da am Start sind. Der ist das, Bruder. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Und ich hab mit vielen YouTubern schon geredet und die sehen das alle halt ähnlich so. Was halt auch nicht ausschließt, dass man dann wieder die ein oder anderen Talks auch mit einbaut, wenn sich das ergibt. Weißt du, wie ich meine? Ich bin immer offen für Talks. Ich hab ja mit Justine auch einen Podcast gemacht so. Einfach, weil ich mir gedacht hab, die hat eine interessante Geschichte. Ich hab Bock mal wieder gehabt, sowas in die Richtung zu machen. Und ist ein guter Mensch, dem man auch ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben sollte. und dann hab ich das halt einfach durchgezogen so. Weißt du? Krass, Mann, Digga. Da kommt der. Steppt einfach einer gerade hoch auf das verlassene Gebäude, Digga. Ich glaub, der sprüht. Gestern hat da einer gesprüht und vorhin hat da auch einer gepennt. Ja, Mann, Digga. Krass. Der scheint auch nicht mehr ganz beisammen zu sein, der Cousin. Goddamn. Oha, der hat eine Metallstange mitgenommen. So eine lange Metallstange hat der in der Hand gerade. Bro, das scheint schon irgendwie Gangster zu sein. Der steppt da in dem Fall. Jetzt ist der unten in dem Stock weg. Der steppt da einfach rum. Das ist Mexiko, Alter. Da, 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 Bro. Da siehst du und da passieren manchmal Sachen. Wild. Aber man muss auch sagen, dass man sich die Interviews auch reingezogen hat, weil du sie geführt hast und nicht wegen den Gästen. Also bei mir war das so. Ja, da gab's viele von. Da gab's viele von. Und wie gesagt, ich bin nicht abgeneigt Talks gegenüber so. Aber ich will nicht mehr alles darauf aufbauen. Weißt du, wie ich mein so? Weil das war halt auch voll schwer, Mann, Digga. So, wenn du nur das machst und ich hab halt immer zu einer gewissen Zeit immer nur eine Sache gemacht so. Und wenn dann mal irgendwie die Gäste abspringen oder keiner mehr mit dir Bock hat zu talken oder wenn du schon alles durch hast irgendwie so, dann ist es kacke, Digga. Weil dann kommst du auf einmal dann mit einem Vlog um die Ecke oder mit was Persönlichem und es juckt dann gar keinen mehr so. Weißt du, wie ich mein? Und das ist halt auch nicht nice. Ihr müsst halt auch länger denken. Ich weiß, ihr wollt immer nur den Content haben, den ich schon mal gemacht hab oder der gut funktioniert hat so. Aber ich will halt auch das machen, was mich selber erfüllt, was mich happy macht und wo ich das Gefühl hab, das ist das Richtige so. Und das ist nur Talks ist es nicht für mich so. Nur Talks ist es nicht für mich. Vielleicht eine Kombination aus Vlogs und Talks. Aber ich will den Vlog. Für mich, ich find Vlogs geil. Ich will diese Vlogs größer machen. Ich will, dass die Vlogs eine gewisse Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn das der Fall ist, kann man sich auch mal wieder das ein oder andere Format ausdenken und dann kann man das in so einem Zusammenspiel machen. Weißt du, weißt du? So denke ich gerade. Was hat er davon, wenn er oben sprüht? Keine Ahnung. Da sind viele Tags. Guck mal. So. Weißt du, meine? Und auch da drin. Der ist hier eben lang gesteppt. Vielleicht ist dem Cousin auch einfach nur langweilig, ja? Das weiß ich nicht. Wo hast du die Wohnung gefunden? Bei Facebook, Bro. Bei Facebook, Digi. Rauchst du eigentlich Zigaretten? Ab und zu, Bro. Vor allem, wenn ich nicht buffe, also wenn ich nicht kiffe, dann rauche ich schon. Ich rauche schon ab und zu. Habe ich nie gesagt, nie geteilt, nie gemacht, weil ich will halt so. Das ist keine krasse Vorbildfunktion. Aber wenn du mich ehrlich fragst, dann muss ich dazu sagen, auf jeden Fall ja. So. Und ich habe auch schon zu früh mit der Scheiße angefangen. Ich habe eigentlich immer irgendwas geraucht. Keine Ahnung warum, aber ich habe immer irgendwas geraucht. Es hat angefangen mit Bon, Bruder. Dann ging es zu Zigaretten, dann Joints. So. Shisha. Immer irgendwie was geraucht. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie eine Sucht, einen Drang zu diesem Rauchscheiß. Ist nicht gut, würde ich niemandem empfehlen. Warum? Keine Ahnung. Lief doch gut. Ja, wie gesagt, weil es nicht so einfach ist mit Musik, Bro. Vor allen Dingen, wenn du auf Reisen bist. Weißt du, wie ich meine? Musik Videos drehen, Mix Mastering und diese ganze Scheiße kostet auch Geld. Ich bin gerade dabei, mich irgendwie wieder aufzubauen mit YouTube. Weißt du? Weil das ist für mich, das kann ich machen ohne irgendwas. Ich brauche da keinen, der meine Songs mischt. Ich brauche keinen, der meine Songs mastert. Ich brauche keinen, der mir irgendwelche Grafiken macht. Ich brauche keinen, der mir irgendwelche Musik Videos dreht für ein geringes Budget. Ich habe das Glück gehabt, dass Alex Blitz hier in Mexiko war. Mit dem habe ich drei Musikvideos gedreht und der hat mich von Herzen supportet, weil er einfach auch in mir das gesehen hat. Er hat gesagt, Bro, du bist krasser Künstler, Bruder. Deine Musik ist krass. Du kannst krass performen. Ich unterstütze dich bei der Sache. Und ich habe auch gesehen, dass er damals auch das Corona-Video von mir kommentiert hat. Das habe ich jetzt erst gesehen und das ist ja schon anderthalb Jahre her. Fast zwei. Und der hat einfach Liebe für mich am Start und der fühlt mit mir mit und hat gesagt, ey, ich supporte dich jetzt dabei. Das war kein Glück. Das war auch kein Zufall. Das war, sollte so sein. Aber ohne den Bruder habe ich halt auch niemanden, der mir Musikvideos dreht. Weißt du, wie ich meine? Der ist das. Yes, sir. Sollte man auch nicht. Ich promote das auch nicht. Ich bin halt immer ehrlich. Weißt du, wie ich meine? Ich kann nicht so, äh, ich kann nicht, ich kann nicht unehrlich sein. Weißt du so? Ich kann nicht lügen, Digga. Wenn ich die Frage sehe, einer mich direkt fragt, dann muss ich die halt beantworten, Bruder. ich kann nicht zu disapprove,